Hallo, willkommen zurück zu Pummelparty um 5 Uhr morgens. Uns geht's allen noch gut. Ja ne, viel Spaß mit gelangweilten Menschen. Intro und so. Ja, Intro. Es ist nur nicht fünf, es ist zehn nach eins. Nur Lügen werden hier verbreitet. Ganz so glaubwürdig rüberkommen, hallo. Ja, das ist, tschach. Der nächste wäre noch um sieben gewesen. Wenn fünf ist, dann darfst sagen, dass fünf ist, aber also später dann. Ich erinnere dich um fünf dran. So. Alles klar, schreibt mir auf Twitter. Warum kann ich den Slot nicht beitreten? Hallo, das ist, das ist mein Spiel. Ich will da jetzt rein. Hallo. Ich glaube, wenn du uns einlädst, dann geht er doch. Ja, genau. Ah, jetzt. Okay. Guck, falls du uns gerade einladen. Freunde, Freunde einladen. Der spinnt halt komplett jetzt. Es wird zu spät. Mauser reagiert null. Also, so, so, null. Funk oder? Nö, 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 nö. Kabel. Einladen. Einladen. Ich muss das Spiel einfach mal eben neu starten. Ich bin schon wieder ein Huhn. Ja, da geht einfach nichts mehr. Kommen die Einladungen bei euch an? Ja, ich bin drinnen. Okay, dann geht's jetzt wieder. Alles klar. Anpassen. Erstmal Charakter wieder. Aussehen. Jedes Mal müssen wir es neu anpassen. Das nervt. Ja, ich wollte immer noch Skins kaufen. Skins kaufen? Gibt ihr für Skins? Ja, mit den Trophäen kannst du ja sagen kaufen. Ja, okay, stimmt. Echt? Wie? Wo? Äh, am Start. Wie jetzt? Regen jetzt? Was? Ach, ne, war nur Wind. Hab mich auf Regen gefreundet. Warum freust du dich auf Regen? Kann man besser schlafen? Das stimmt. So. Wie ist alle immer vom Schlafen reden. Warum sollten wir auch nicht vom Schlafen reden? Ja, ist es mitten in der Nacht, da ist man fit? Nein. Natürlich. Ja, okay, ja, aber. Du Nachtschicht, Mensch. Eben. Warum nicht verfügbar? Was? Bei mir ist irgendwas. Wegen dem, äh, Kopf, glaube ich. Wegen dem Kopf. Der wird mir aber nicht rot angezeigt. Das ist kein Problem, wenn der nicht rot angezeigt wird. Das ist egal. Ja, hier oben ist irgendwie Fehler drin. Ändern mal den Kopf. Ne, die Farbe, die Farbe, was? Äh, wie? Schwarz, schwarze Farbe geht jetzt auf einmal nimmer. Ah, ja, weil hier Laura... Ja, weil ich schwarz hab. Äh, äh, schwarz hab. Äh, schwarz hab. Äh, äh, schwarz hab. Boah, du, boah. Ey, schwarz und weißes vergeben. Voll mies. Mir ein, also schwarz ist ja mal Kanalfarbe. Was soll denn das? Es ist ja voll, voll mies. Warum hat sich Laura Baum genannt? Weiß gar. So, äh, bin enttäuscht. Ja, also wenn du schwarz nimmst, nimm ich aber grün, ne, weil das die Ausrasterkanalfarbe ist. Hä, so muss das. Nein. Ist die nicht rot? Nein, die ist grün. Oh. Geh doch mal auf Rundenlänge auf T kürzer. Mach dich pink. Mach dich pink. Nö, dann bin ich überrascht. Wenn es 20 Runden passt. Beispiel bis 2. Gezwungen hier. Hey. Ja, lieber, lieber YouTube-Zuschauer, es ist ein extrem spannender Stream gerade. Ich will eigentlich mein Handy holen gehen, aber ich brauche aus dem Keller nach oben zu gehen. Traurig. Ah, das muss ich so lassen. Okay. Gut, wurscht, bleibt hier zu übernehmen. Äh. Ich gehe mir gleich definitiv ein anderes Cape holen. Du kaufst jetzt echter Cape. Mit den Trophäen. Ah, ja, ich weiß nicht wie. Ihr müsst mir das echt nicht sagen. Ich habe doch, ich habe doch gesagt, mit den gewonnenen Trophäen. Ich weiß jetzt nicht, wie oft du schon gewonnen hast und Trophäen bekommen hast, aber. Gar nicht. Gar nicht, okay. Ah, okay, dann kannst du das. Also ein oder zwei Mal, glaube ich. Und was wolltet ihr mit den Runden? Kürzer? Äh, ne, passt, passt, passt. Passt. Oh, 30. Rundenlänge. Ganz unten. Rundenlänge? Wo ganz unten? Rundenlänge? Wo ganz unten? Wir bruntene Anzahl. Rundenlänge unbegrenzt. Achso, soll man die eingrenzen oder wie? Genau. Von Druck hier. Achso, von der Zeit her, die man hat. Ach, na, das ist doch blöd. Das finde ich nicht so schön. Wenn jemand aufs Klo muss oder so. Ja, eben. Ja, okay. So, äh, Map. Welche? Karte. Rostige Ruinen habe. Äh... Irgendwas kleines. Kummeltown ist... Äh, wo sind wir... Ah, ne. Was war die erste Map, die wir mit... Das war so eine Fliegende. Rostige Ruinen. Ja, die Fliegende. Kleine Karte. Achso, ja, dann hol die, wenn die kleines. Ja. Es steht da für zwei bis vier Spieler. Ja, dann macht die. Fast. Äh, starten. Ich muss ja echt orange spielen. Frechheit ist das. Ich kann halt auch acht Spieler nehmen, aber das wär... Ja. Na, komm. Das cheatet doch wer. Erstmal wieder orientieren. Ja, okay. Wir müssen die lange Runde gehen. Das wird ein Spaß. It's a trap, Leute. It's a trap. So. Oder? Warte. Einmal Lucky Lucky machen. Okay. Ich hätte gerne das. Warum ist jetzt der Baum am Zug? Also, für alle, die verwirrt sind, der Baum ist, äh, die Lara. Ey. Perfekt. Ungefähr. Ungefähr. Ich marschiere jetzt erst mit direkt in die Falle rein. Na doch nicht. Ungefähr. 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 Ja. Oh, Auto holt. Nein. Können ich träge schon auswendig. Es ist so verwirrend, wenn dir jetzt eine andere schwarze Karre rumfährt. Das ist echt nicht toll. ich finde es müsste ja auch den falschen charakter gefahren bin kaum bin immer die schwarze kv wie die lader früher das ist viel der netz der wahl spielen müssen und wirst du erst dann ja Mist ich war gerade auch schick kacke gerade selber von mir enttäuscht war jetzt mal so schön so erste runde ein bisschen konzentrieren und dann geht hat ich kann doch keine brunnen mit dem poli jeden wäschekorb mitnehmen und jetzt ist das auch spannend bei euch da weil ihr gegeneinander fahrt oder so ne das wird ja auch so weit auseinander nö ich sehe immer nur die rauchwolke von der lager ach so das ist mein staub ja voll immer dieser wäschekorb hier aber gibt ja extra punkte ja ja voll red forrest wins toll es war ja überhaupt nicht abzusehen da wo bist du dank der scheiße das ist ja schon noch user user ich komme noch bin im raid oh mein gott diese arme karre könnt ihr bitte vor dem ziel anhalten ich will dann noch mal durchfahren ne la ich werde jetzt noch anstrengen oh ja du bist doch zwei da ah ok wie geht denn das ich hab doch klar da nicht mehr überholt scheinbar schon verstehe ich nicht kann irgendwer eins würfeln bitte ich wollte gerade ich wollte gerade telefon ja ja mein gott ok letztes mal hat er mich nicht erwischt aber er hat benutzerna hm ja wurscht hm egal ja ok ok hii ha super das hat sich gelohnt ja da so wo bin ich denn ich bin ja ich bin orange ich muss mir das immer verinnerlichen ich bin orange jetzt bin eh schon gestorben nein war nicht nicht gut sehr gut sehr gut ja was oh oh okay okay toll toll und dann ein geschenk das ist ja so zum kotzen hm ach egal einfach mal versuchen yeah portal hey hey sehr gut das war absolut lucky ich hab's voll verdient also natürlich wie oft dass ich heute schon bei so blöde geschenke gestorben bin vielleicht kannst du jetzt endlich mal ne runde gewinnen ja ich hab's nur einmal miterlebt also also für alle zuschauer die die anderen videos nix hin hab fährt nicht auf die die lügen ich hab immer gewonnen wer man nicht glaubt schaut euch die anderen videos an das war jetzt glaube ich die dreisteste werbung die jemals für meine eigenen videos macht auf jeden fall sehr toll ja nice erst mal schon viel abgezockt bekommen sehr gut alle gegen mich jetzt oder ja ich hab den komischen dämonen stadt bekommen ja ach items kann man sie doch auch holen mit dem magnet ja ja ich dachte immer nur die die dinge das kann eben auch halt ums abgezogen oh war schön das war schön okay hab ich irgendwas wie war das schön ja so du kommst jetzt mal noch hin okay chill immer noch nicht so was kommt jetzt ach wieder der scheiß rampenlicht wow warum bin ich in der mitte nervt ich geh wieder an die seiten zu wir noch zu w in wo w Vielen Dank.